Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Irland bei Bar An Ishka. Bisschen geübt. 16 Jahre alte Limited Edition 1803 Single Malt Irish Whisky. Danke Mareike hier bei www.irish-whiskies.de. 84,90 Euro für diese Papi hier. Und ja, da muss man schauen, ob das Ding hier sein Geld wert ist. Es gab natürlich eine begrenzte Anzahl. Natürlich 1803, genau wie 1803. Und das ist etwas, worauf die sehr, sehr stolz sind. 16 Jahre alt. Ich habe Flasche Nummer 1359. Gibt es auch eine Flaschenteilung dazu. Und ich mache das hier mal auf und schaue mal, was denn da raus wird. Sein ganzes Leben hat er in einem First Phil Kentucky Bourbon Fass. Ich finde es immer interessant, dass man langsam jetzt hier nicht Sachen First Phil Bourbon, sondern ein First Phil Kentucky Bourbon. Also nicht, dass es dann aus Tennessee kommt und Jack Daniels ist oder ob es nicht irgendwie aus woanders jetzt mittlerweile kommt, wo es viel Bourbon auch hergestellt wird. So wie Chicago oder sonst wo. So eine schöne Flasche. Auch eine interessante Dose. Also die 16 Hand angeschrieben jetzt hier. Single Malt Irish Whisky. First Phil Date. Steht sogar drauf. Wusste ich nicht. Das war April 2002. Sehr, sehr gut. Also was ich nicht herausgefunden habe war, ob es Double oder Triple Distill ist. Eine gute, gute Frage. Ja, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe nichts gefunden. Ich habe noch mal gesucht. Steht auch keine Whisky Biss Nummer noch nicht drin. Mit den 16 Jahren. Also schaue ich mal, ob ich das heraus schmecken kann. Zweifach oder dreifach. Distilliert. Ich habe mich bisher wenig mit diesen Abfüller beschäftigt. Abfüller muss ich sagen, weil sie haben auch keine Absichten, ihre eigene Brennerei denn dort zu gründen. Alles was sie tun ist tatsächlich mit ihrer Farm Spring Water. Also auf ihrem Bauernhof, ihren Quellen haben sie denn dort. Und dann nehmen sie den Whisky runter. Von Fahrstärke dann hin auf 46 Prozent. Der Red Cross ist der Ort. Und dann die Kirche, was dann gebaut wurde in der Nähe davon. Das heißt in den Ort Baraiski ist natürlich hier 1803 die Kirche gebaut worden. Deshalb 1803. Ungefähr den gleichen Zeitraum hat die Familie denn dort von Ian Jones tatsächlich eine Pub eröffnet. Eine Kneipe. Und deshalb hat er sein eigenes Kneipen Whisky. Kann man es so sagen. Ja, mehr gibt es echt nicht dazu zu sagen. Es gibt eine 10-jährige Whisky. Es gibt eine Small Batch Blended Irish Whisky. 80% Grain. 20% Malt. Und ich werde ganz bestimmt nicht diese Sache hier damit vergleichen. Sondern ich habe beschlossen hier einfach mal auch eine 16 Jahre alte Irish Whisky rauszuholen. Und das ist hier der Turconel 16 year old. Ich weiß hundertprozentig, dass das vom Coolie kommt. Und das ist auch einfach eine interessante Abfüllung. Liegt auch bei ungefähr 70 Euro. Hier sind wir bei 85 Euro. Also ein bisschen mehr muss man draufschlagen dafür. Aber wir werden sehen, ob sich das so bezahlt macht oder nicht. So. Ich versuche mal das so hinzukriegen, dass wir alles so sehen. Ich mache immer meinen Bildschirm sehr voll. Das weiß ich. Aber manchmal will ich das einfach mal. So. Also hier haben wir unsere Bar an Ischkan. Oh, ich bin ziemlich sicher, dass das cool ist. Und hier haben wir unser Turconel. Oh, der ist weicher. Da hat mehr Vanille da drin. Uh, ich mache den sowieso sehr gerne. Muss ich ganz ehrlich einfach so sagen. Hm, ich kriege ein bisschen Pfefferminz dazu. Ach, eine schöne, schöne, schöne Nase. Muss ich schon sagen. Ach, also eigentlich bin ich hier dabei, den hier zu verkosten und zu sagen, der soll gut und toll sein und so weiter. Aber jetzt bin ich dabei, den Turconel in den Himmel zu loben. Ja, ja, hm. Zweifach destilliert, würde ich meine Hand fast ins Feuer dafür legen. Also ich habe diese ganz, ganz typische Coolie-Momente an der Nase. Ähm, Kentucky. First fill fässern. Also wenn ich tippen dürfte, Heaven Hill. Keine Ahnung, ob ich so gut bin schon, dass ich das herausriechen kann. Wahrscheinlich nicht. Oh, bei Wild Turkey könnte ich mir nicht vorstellen. Also Heaven Hill oder Buffalo Trace, ich bin eher bei Heaven Hill. Also ich kriege langsam auch ein kleines bisschen Minze-Note dazu. 46%, 46%. Also die tun sich echt nicht viel. Nur preislich und von der Gestaltung der Flaschen her. Also das ist hier wirklich eine limitierte Sache. 1803, das ist limitiert. Gibt's immer wieder mal. Man muss schauen. In Deutschland, ich sag mal, der Nachfrage der Nacht ist nicht ganz so groß, so dass obwohl es vielleicht nur einmal im Jahr importiert wird, kriegt man das immer noch irgendwo zu haben. Manche Läden, manche Geschäften sind natürlich ausgekauft, aber online kann man den fast ganzjährig, sag ich mal, finden. Okay, steigen wir ein. Also Nase haut mich nicht um. Der ist gut, aber nicht wow, 16 Jahre alt. Ah, der hat mehr. Der hat auch ein bisschen Tabakblätter in diesem Moment. Ein bisschen mehr Tiefgang. Und der bleibt ein bisschen mehr fruchtig, ein bisschen mehr hell. Also probieren wir mal. Mhm. Recht ölig. Am Ende. Oh, ich krieg eine Himbeermoment. Nicht Himbeer. Johannesbeer. Aber ein auch nicht reifer Johannesbeer. Vanillig. Rauch vom Holz. Okay. Also, ich werd den nochmal nippen und dann geh ich hier rüber zu Turkaner 16 und dann werd ich meine erwartete vernichtende Urteil aussprechen. Ja, entwickelt sich langsam in der Nase. Das stimmt. Da kommt mehr Vanille, da kommt mehr Malz, da kommt ein bisschen auch hier von Beeren durch. Wir brauchen ein bisschen Zeit vielleicht im Glas. Man sagt, ungefähr eine Minute auch im Glas für jedes Jahr im Fass. Und eine Sekunde im Mund für jedes Jahr auch. Also 16 Sekunden muss ich so und 16 Minuten sollte ich dann einfach mal atmen lassen. Und das ist eine frische geöffnete Flasche. Mein Konzept für meine Whisky ist mein erster Eindruck. Was sagt mir dieser Whisky? Nicht was ich sage, nachdem die Flasche da unten ist und ich schon so viel probiert habe. Kann ich nicht. Ich hab nicht mehr so viel im Leben, dass ich jede Flasche bis da unten trinken könnte und sollte. Mhm. 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 Oh wow. Also, der Alkohol ist schon ein bisschen da. Da pusht ein bisschen was. Also, der Öligkeit ist weiterhin da. Vanillig ist da. Malzig da. Ein bisschen, also Holz wurde langsam alt, muss ich sagen. Aber es geht noch. Aber, na, bisschen Stroh und bisschen nasses Heu habe ich sogar. Also, nicht etwas, wo ich sagen kann, wow, gut gemacht, Leute. Im Vergleich dazu Turconel habe ich heute noch nicht gehabt. Ähm. Oh. Auch in der Nase kriege ich mehr Komplexität. Mhm. 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 Weicher. Mhm. Auch am Ende da. Vanilliger. Beeriger. Besser. Mhm. Ah. Mensch, 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 Mensch. Haha. Ich war so stolz darauf, dass ich sage, Mensch, Turconel 16, das ist mein Vergleichs-Whisky. Ähm. Wenn ich ganz ehrlich bin, kauf lieber der Turconel 16 Jahre alt. Ist billiger und schmeckt mir besser. Eindeutig besser. Ich glaube, ich habe damals sogar ein 2, 2 Plus dafür gegeben. Ähm. Das ist eine richtig gute, geniale Irish Whisky, Leute. Also, findet man 16 Jahre alte Irish Whisky seltenst. Also, von daher, hm. Gut. Also, ich muss mir noch etwas hier gönnen und dann mache ich hier einen Hauch von Wasser hier rein und dann schaue ich mal, was denn dabei ähm passiert. Und mir ist auch bewusst, dass ich ganz wenig immer da nehme und nicht unbedingt das hier im Glas lasse. Ähm. Ich fange gleich mit Wasser an. So ist das. Also, ich kriege jetzt hier, habe ich gesagt, ursprünglich noch nicht gereifte, noch nicht ganz gereifte Johannesbären. Und ich gehe dazu und sage noch nicht gereifte Erdbeeren. Also, Anfang Mai Erdbeeren, die noch hart sind. Ja. Also, wenn ich ein Whisky verkoste, möchte ich gerne erst einmal das erste Eindruck. Also, kann man gerne linke Nase, rechte Nase, hin und her ein bisschen einfach mal. Man kriegt verschiedene Elementen dabei. Und auch durch Wasser kommt da ein bisschen wasserlösliche Momente, Geschmacks, ähm, Momente hoch und das ist auch alles ganz gut. Bei 46% muss man kein Wasser hinzutun. Die Distillerien wählen ganz bewusst 46% aus, weil es gibt hier in den Whisky, ähm, Fett, Fette. Und wenn der kalt wird, also unter Null, werden die Fette sichtbar, die klumpen zusammen. Und dann, wenn es wieder warm wird, dann bleiben die zusammen geklumpft. Und das sieht eklig aus. Und um das zu gewährleisten, dass ein Whisky immer diese Farbe hat und bleibt diese Farbe, muss mindestens 46% Alkohol drin sein. Deshalb diese Zahl. Und deshalb ist das Non-Chilled Filter, das heißt nicht kältevertret, ähm, gefiltert und deshalb sind diese fettige Öle noch drin und deshalb gibt es einen besseren Geschmack. Das gleiche auch hier. Häufig billiger Whisky, also wir gehen wieder hier zurück zu unserer Ursprungssache hier. Also, ähm, der hat glaube ich nur 43%, der ist gechillt. Chill Filter, das sowieso 80% Grain Whisky. Ähm, der hat natürlich nicht ganz so viel von dieser schönen, ähm, Geschmacksträger. Alkohol wie auch Fett sind Geschmacksträger. Und das ist hier eine super schöne Sache. Ein ganz kurzes Vergleichen. So viel mehr. Also so viel mehr. Wenn ich bedenke, dass ich aus einem Bourbonfass sage ich einfach mal Fassstärke normalerweise 200 Flaschen rausholen kann. Also, ich sage 300 auf 46% jetzt hier runter. Also, ähm, dann brauche ich 6 Fässern hier, um diese, ähm, Charge von, ähm, 1803 Flaschen zu machen. Also, die haben wahrscheinlich 6 Fässern geleert. Könnte 5 sein, könnte 7 sein, aber ich tippe echt auf 6 Fässern, um denn das hier zu machen. Das heißt, 6 Fässern lagen 16 Jahre irgendwo herum. Ob denn dort in, ähm, Red Cross dort in Irland oder dann bei Cooley oder dann bei Bushmills oder bei Middleton. Und hier das Gleiche ist auch Turconel ist tatsächlich eine Marke, der früher denn dort in, ähm, Dairy ganz oben in Nordirland denn angesiedelt ist. In dieses, ähm, Stadt wollte denn damals, ähm, The Quiet Man, ähm, Distillerie bauen. Ähm, der Besitzer ist krank geworden, Krebs, und, ähm, hat auch tatsächlich eine Partnerschaft denn mit der Vereinigten Staaten geschlossen. Allerdings hat der Investor kurz vor Schluss den Strecke gezogen, er sagt, Edgepatch, du kriegst kein Geld, die Banken haben alles zugemacht und damit war der Projekt dort, The Quiet Man, tatsächlich gecancelt. Ähm, Michael Morris, der, ähm, Sales Executive da, der ich auch interviewte, als ich in Dairy war, im Sommer 2018 hat das sinkende Schiff schon verlassen, ist ganz woanders hingegangen. Also, ich bin gespannt, was bei ihm jetzt hier im März 2000 und 2019 hat er mir auch schon ein Interview versprochen, ähm, rauskommen wird. Also, das wird interessant sein. Aber Turconel war damals in Dairy beheimatet, der Marke wurde längst aufgegeben, Cooley, als er neu angefangen hat, das heißt, ähm, John und Jack Teeling damals haben tatsächlich diese Marke einfach aufgekauft und das wieder rausgebracht und deshalb der Turconel ist dieses Rennpferd, der damals gewonnen hat. Ach, keine Ahnung, wann war das jetzt hier? Das musste 1762 gewesen sein. Also, es gab kein, äh, Whisky, der durchgehend produziert wurde unter dem Namen The Turconel von 1762. Das ist ein bisschen Betrug. Also, erst jetzt hier seit ungefähr, hm, 2000 gibt es The Turconel wieder. Also, von daher, naja, 1762, pfff, das gleiche mit 1803. Das ist der Gründungsjahr von der Kirche dort in dem Dorf. Hat nichts mit dieser Distillerie, den es gar nicht gibt. Also, es ist ein Pub, das ist eine kleine Familie, die vertreiben Whisky. Wenn man auf der Whisky-Seite Homepage so geht, gibt es zwei Bezugsquellen. Einmal aus Celtic Whisky dort in Dublin und ein anderer isst, dass er nicht irishwhiskys.de bei Mareike Spitzer hier in Deutschland. Also, in kleinen Familienunternehmen. So viele Fässern, so viele Flaschen geben sie nicht ab im Jahr. und das ist ein ganz okay. Zeit gegeben, dass im Glas sich zu entwickeln, der ist gut. Hm. Hm. Der kriegt weiterhin bei mir ein 2. Also, vielleicht 2 minus, 2 plus. An manchen Tagen... Oh, nett, der schöne Abgang. Hm. Wow. Also, ein Moment. Water time. Water time. Water time. Viele Leute haben Cracker time gewünscht. Und ich baue einfach mal Water time ein, jetzt hier zu zeigen. Tut sich einfach. Der ist nicht der Qualitative am Gegenüber, den ich erhofft und erwartet habe. Baut ab. Und auch der Abgang. Wie ich sagte schon, der Holz kippt langsam. Als ob ein von diesen Fässern da schon langsam über seine Zenith gereiht wäre. Holz einfach gesammelt hatte. Ein bisschen, ein bisschen alt wurde. Man hat es untergemischt. Ich, als Whisky Nerd, hätte gesagt, langsam sollte ein Finish dazukommen vielleicht. Hätte man das auch anders machen können. Der ist eine 3 plus plus. Kann ich denn eine 2 minus minus geben mit gutem Gewissen? Ich bin in meinem Gedächtnis hier, alle verschiedenen Irish Whiskys nochmal durchzugehen. Und ich würde einfach ehrlich sagen, nein. Also 3 plus plus ist berechtigt. Zwei minus minus vielleicht an einem guten Tag. Aber heute ist offenbar nicht mal ein guten Tag. Preis-Leistung 84,90 Euro. Also ein 4 plus. Lieber der Turconel hier nehmen. Ich glaube, ich habe den für 64 Euro damals geschossen. Also das ist hier 20 Euro billiger. Und schmeckt besser. Sorry, Mareike. Sorry, IrishWhiskys.de. Sorry hier. Bar an Ischka. Also das ist meine persönliche Meinung. Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage des Tages ist. Welche Irish Whiskys kennt ihr, die älter sind als 15 Jahre? Ich nehme ganz bewusst 15 Jahre, das heißt darüber. Natürlich gibt es hier Redbreast, 15 Jahre alt. Aber wo fangen die 16, 17, 18, 19 und so weiter an? Ich glaube, ich habe da hinten tatsächlich hier 16 Jahre alt, Turconel. Ich habe die Redbreast, 21 Jahre alt. Und dann muss ich ehrlich gesagt überlegen. Welche Irish Whiskys habe ich, die älter sind? Also ich habe einen Retronaut, der 17 Jahre alt ist. Und dann... Also echt ganz, ganz, ganz wenig. Also meine Frage des Tages. Welche Irish Whisky kennt ihr, die älter sind als 15 Jahre? Also ich habe zwar ein paar aufgezählt, aber viel mehr nicht. Wenn du keine Ahnung hast, sagt Jason, keine Ahnung. Also Google, also sprich YouTube, hat gerne ein paar Kommentare, ein paar Interaktionen, das hilft sehr gerne. Oder einfach sagen, Jason, Watertime is cool. Oder Jason, lass das mit Watertime. Ein paar Kommentare ist einfach mal begehrt. Danke. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren, immer wieder neu auf meine Sample-Liste schauen. Gibt's auch, gibt's auch. Und dann auch bei Amazon irgendwas anders kaufen, hilft sehr. Jeden Tag, 17.30 Uhr, kommt ein neues Video raus. Beziehungsweise am Sonntag, 21 Uhr, Livestream mit Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Bye, bye. 4rpm 5rpm 3rpm 6rpm